Kurz raus, weil du hast nur noch 40 Tonnen jetzt, statt 50. Jetzt hast du gar keins. Achso, jetzt hast du, hast du... Ja, brauchst du. So, kommst du angefahren. Ja, jetzt kannst du quasi reinsetzen, dann nehme ich... Wut? Jetzt fährt das Schiff nochmal los. So, brauchen wir noch was? Nö. Ey, da hat er doch gerade wieder was drin gehabt. Ja, und nur kurz, ich muss ja wieder hier auf Verkauf setzen, aber dann erst ab 90 Tonnen sind ja jetzt praktisch nur noch 40 verfügbar. Hier ist ein Schiff, ich weiß gar nicht, was das macht. Fahr weg, hallo. Ja, so viel Wolle da, aber keine Kleidung, naja, gut. Schmuck, aber Schmuck haben wir ja auf der anderen. Und insel wiederum ganz viel. Na, Schmuck hätte ich auch noch ein bisschen in Reserve. Mhm. Summert ja überall mal rum, der Schmuck. Oh, jetzt schirmen sich langsam auch die Schiffe am Kontor. Irgendwie kommt mir vor, als wären das mehr Händler als sonst. Weiß nicht. Sonst noch nie so viele Händler hier bei mir rumkreuschen sehen und fleuschen. RUMWUSELEN. So viel Alkohol wird ja, ach, da muss ich aber, ich hab ja keinen Platz mehr, ich muss ja eigentlich noch viel mehr Alkohol. Soll ich jetzt die Holzdinger abreißen? Ja, hau die weg. Aber da hab ich ja erstmal dann gar keinen Holz mehr. Kannst du doch extern machen. Ja, da müsste ich ja extern erst mal was bauen. Ja, na gut, mal kommen die halt weg und gut. Du hast jetzt übrigens noch einen zweiten Eingang in mein Land, dort oben am Tor praktisch, also ganz oben. Toll, da komm ich ja ziemlich weit in dein Land. Ja, du kommst immerhin bis zu einem Marktplatz. Toll. Das ist ja nur für einen Handel, falls du mal da irgendwie Schnellhandel betreiben willst. Aber da bin ich doch unten genauso schnell. Meinst du? Naja, sicher. Nee. Na klar. Und dort oben ist doch viel schöner. Ach. Da müsste der ja erstmal dort hochlatschen, da gibt's ja überhaupt keine Verbindung bis dort hoch. Das stimmt, da hast du noch nicht dran gedacht, das zu bauen. Obwohl, warte mal. Nee, kommt, nee, kommt da einfach nicht dort hoch. Muss er ja auch, nee, also. Aber ein Land, was nicht komplett verbunden ist, ist nicht perfekt. Naja, das ist ja, ja. Meins ist ja auch nicht komplett verbunden, aber. Wäre ja auch durch das Schloss sehr schwer. Obwohl, man könnte oben einen Schloss rumbauen, das würde noch gehen. Überprüft eure Handelsrouten. Ich überprüfe jetzt nicht meine Handelsrouten. Nein, würde ich auch nicht machen. So, und dann müssen wir hier gucken, wie wir das hier machen, den Feldern. Um hier noch eine kleine maximale Ausbeute zu haben. So, und dann müssen wir hier gucken, wie wir das hier so machen. Und dann kommen hier zwei Rumbrennereien. Ja, die Rumbrennereien finde ich ja generell immer super. So. Hätten wir das erstmal ein bisschen aufgestockt. Achso, Nahrung. Da hast du gerade eine, die sind jetzt nicht so glücklich. Aber die wollen sich ja eh nicht ausbauen, da ist das erstmal hier. Alter, eine 26er Bilanz. Ist niedrig. Ach, das ist richtig gut. Ja, natürlich. Solange das noch positiv ist. Achso, müssen wir eigentlich wieder... Ne. Aber Stoffe, Mist, verdammt. Hier, fährt das Schiff eigentlich mal? Ach, ich bin doch so blöd. Wieso holt denn das Stoffe? Das muss doch Wolle holen. Ja, so ähnlich ging es mir vor uns auch mal. Ach ne, und jetzt fährt das ja erstmal wieder bis hoch und bis runter. Und dann... Halt, Stopp hier. Mach mal Stopp hier, halt, drück. Hä, bleib stehen. So, wie sollen wir hier Wolle... So, und jetzt müsste das doch gesättet sein. Ne, jetzt fährt das trotzdem nochmal bis hoch. Naja, dann fährt es halt bis hoch. Warum holen denn die eigentlich hier nichts ab hier? Ist doch Lager voll. Ah, jetzt holen sie es ab. So, und hier aber hier das Alkoholproblem. Was ist noch? Noch ungelöst. Wwwwwwwwwwww, Nahrung? Hier. Nahrung? Ach, du meine Güte. Hab ich... Ich hatte doch noch eh ein Schiff. Jetzt stehen ja einfach wieder zwei Schiffe rum. Wo kommen denn die her? Hab ich die überhaupt dort... Ne, hab ich die niemals dort hingeschickt. Nahrung ist ja hier... Überflüss da irgendwo. Hier. So, werden wir erstmal mit und schaffen das hier auch. im übrigen die siedler sind voll zähle ich jetzt ohne pioniere das ist natürlich färbteil so jetzt bauen wir hier mal eine fleischerei aber das erste mal überhaupt das ist von den bau das sauer dann wenigstens einmal alles ja das stimmt auch in deinem was ein paar sind es in der insel wo du einfach nur alles drauf post was geht also so als vorschau ich finde auch würde man auf jeden fall hinkriegen ein haus von jedem obwohl die kontor gehen das stimmt da ist wiederum schwierig so um hier oben steht zu viele schiffe rum ich weiß doch gar nicht mal hier es sind noch zwei oder sind die leer das holz sondern die können erst mal zu der insel fahren sonst wies ich nicht was du machen soll so und hier das schiff hat jetzt das schiff hier 100 tonne wolle sehr schön können die dann arbeiten die arbeiten haben die erst mal ihre kleidung haben sie ja eh und dann diese stoffe noch ja eine arbeitslose quote senken ist ja immer gut gott nahrung hast du nahrung unten auf der kleinen insel also sein auf der nachbarinsel auf jetzt dort wo wo deine stadt drauf ist ja da ist nahrung da dann setz mal schnell ein die hungern ja fast schon gut das soll nicht passieren mhm nun kauf sie doch völlig ja da machen aber ich könnte auch noch warten nie das wäre blöd wieso ja wegen den händlern die kaufen das zeug ja wie nach die bau noch keine nahrung die sind doch äh überleben doch ohne ja stimmt sind ja unantastbar hä ach so das ist ein anderes schiff mit nahrung da na toll naja gut da ist das ding erst mal wieder voll hier die ist ja wirklich voll das ist voll fett hier ist ja auch voll gewürze und kakao und alles naja gut ist vielleicht schön aber gut so habe ich jetzt ich habe was war denn jetzt hier mit dem alkohol hab ich der wird getrunken ach so ne der wird ja eigentlich da ist ja fast leer schon wieder dann müssen wir mal hier 50 tonnen abzweigen und ja das wird schwierig jetzt das alles so manuell zu regeln worum regelst du denn manuell keine ahnung weil das mit den handel so da müsste ich ja alles nochmal neu koordinieren ach so da hat er keine lust drauf gehabt ja doch später vielleicht so wolle ist da hier die müssen jetzt produzieren ohne ende also da erwarte ich jetzt vollsten einsatz kann man hier eigentlich sogar noch eine hinbauen vollsten einsatz erwartet ja ja ist ja noch mehr als nur halber einsatz überprüft eure handelsrouten und die hier sind ja noch nicht mal ausgebaut alle das ist ja noch so eine mischstadt eine mischstadt ja naja da muss viel an überproduktion eigentlich da sein eigentlich ist es aber nicht genau so sieht es nämlich aus ich so toll ja kann man ja noch ändern ja muss man auch weil du weißt ja wie es sonst läuft ganz steil bergauf ja so ähnlich invertiere das so und du hast die richtige aussage gefunden hey schon bauen wir den so hin und dann bauen wir hier erstmal feldern und gucken wie das ganze aussieht so na das ist ja wunderbar so so